so liebe leute saison drei steht vor der tür herzlich willkommen aus australien zum ersten freien training der neuen saison mit dem neuen team und alles drum und dran es wird sich wahrscheinlich viel geändert haben viele fahrer wechseln und alles drum und dran und ja schauen wir mal wie es dann ausgeht wir sind zu renou gewechselt und wollen natürlich da jetzt auch endlich mercedes noch dieses jahr angreifen müssen was die konzerts wm betrifft letzte saison klappt es ja nicht mit mclerwin mit dem williams war ja gar nicht darüber nachzudenken und jetzt versuchen wir zum dritten mal da irgendwie mal was aufzugreifen fahrer werden wir wollen auf jeden fall verteidigen und konzerts wm soll auch auf jeden fall unser großes ziel sein aber jetzt schauen wir mal wer unser neuer teamkollege wird uns ein alter verkanter wird außer von zwei oder jemand ganz neues es ist viel passiert auf jeden fall ich zeige euch gleich was passiert ist und alles drum und dran ich weiß es selber noch nicht ich bin genauso geschwönt und das team arbeitet fieberhaft daran an die ehemalige glanzzeit anzuknüpfen es genügt nicht nur über ein angemessenes talent zu verfügen hier kommst du nur weiter wenn du bereit bist für einen sieg alles zu geben genau so ist es wir haben schon gesehen wer uns da quasi gegenüber sitzt es ist nicht mal geringer als jetzt was den vettel und da sind einige fahrer auf jeden fall gewechselt haben wir erstmal die wäsche vor dem wochenende qualifizieren regen und rennen trocken das ist andersrum wäre einfacher gewesen aber damit war qualifizieren kann irgendwas mit dem trocken zitter durchbeißen durch den stark regen gut her willkommen im team auf jeden fall mit dir und sebastian wieder sicher eine fantastische machen also doch richtig gesehen ist es sowas ein viertel unser neuer teamkollege wird der von ferrari gegangen ist wir schauen mal gleich wie die anderen wechsel durchgegangen sind so auf die wechsel auf jeden fall geste die zu mercedes verbotten das zu red bull für geste also quasi fahrer tauschbar besser und red bull meine möglichkeit liegt zu renault und wechsel sind zu weber hat man hat quasi ein bisschen geändert hat mein alter nachname drin und alles um und daran wird das auch mit dem audiename passt ja genau vettel ist zu renault für hülkenberg gegangen weber ersetzt ferrari ist ferrari ok also quasi da auch ein fahrer tausch reichkürt zurück zu alpha ersetzt norris hülkenberg zu haas ersetzt reichkürt das war ja auch mal lange im gespräch der mal zu haas wechseln könnte neues zu haas genauso also hülkenberg und neues haas dafür jetzt raus und ich meine hat sie von mir klar wenn für uns ja immer gespannt wie die neue saison beginnt wir gehen mal rein ins erste freie training der neuen saison ich bin genauso gespannt wie sich das neue auto anfühlt und alles herzliches willkommen beim heutigen training für den grand prix von australien unsere fahrer sollte gleich ein interessanter tag auf der strecke beginnen ok mehr gibt es nicht ich dachte wir doch müssen was mehr gewesen zum intro in die neue saison aber scheinbar nicht der freitag ist auf jeden Fall komplett drucken der freitag ist auf jeden Fall komplett drucken so fahren wir raus mit dem neuen auto auf die strecke die ersten runden im renault ich habe jetzt nicht nur eins aufs auto gemacht weil es ging irgendwie nicht mit freischalten aber es ist egal ich behalte mal eine alte nummer so muss ich nicht jedes mal wieder aus der karriere in die online saison wechseln und alles drum und dran dann mit der alte nummer wieder drauf machen und 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 dann gibt es also kein hin und her so auf geht's ja es ist eine gezeiterte runde ich glaube wie sich das auto fühlt sich schon mal sehr gut an hat auch einige siege diese letzte saison gehabt ich habe zwei oder drei waren es auf jeden Fall ich kann mich an japan und brasilien erinnern und wir wollen ja noch einige siege vorher an Weihnachten letztens mit Miklern die ersten Runden haben wir ja hier gewonnen und das darf mit dem Renault gerne weiter so gehen ich glaube in Vettel haben wir guten Teamkollegen definitiv der auf den Punkt gesammeln könnte mit dem Auto so zweiter Sektor der Ferrari ja auch alles neu Renault Claire ist geblieben Vettel ist wie gesagt bei uns jetzt das ist unser neuer Teamkollege und jetzt die erste Zwischenzeit an 26.0 auf Medium ich habe ein bisschen Zwischenzeit immer mit Vorsprung ja mit dem Auto haben wir auch kein Fettgemisch drauf so kann das auch fast nichts werden aber wir versuchen es auch mal jetzt seit der Sektor hier fliegt gehen wir auch mal gerne fliegen was mir letzte Saison auch passiert genau und der gleiche Chile im Qualifying im Q1 damals samstags Punkte konnte ich trotzdem noch mitnehmen gerade so so wir nehmen fast eine Sekunde mit als 25.1 so mit dem Fettgemisch muss man noch was mitnehmen Leclerc ist das der Ferrari der zweite leichte Querstellen gehabt das kostet uns die Zeit dann müssen wir mal ein bisschen zaubern jetzt im letzten Sektor aktuellen Rückstand es wird definitiv keine neue Zeit werden schade aber wir müssen liegen lassen drei können wir mal wieder beim Alpha Team in der ersten Saison momentan auf drei ein bisschen Zeit nehmen wir jetzt mit Richtung Sektor 2 Doppelviolett es könnte tatsächlich nochmal eine Neubestheit geben wenn alles gelaufen wird als 924 9 8 oder 8 irgendwie sowas in die Richtung auf Medium ist das gar nicht mal so schlicht soviel zum Thema dazu das haben wir schon in der letzten Kurve verkackt Scheiße 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 Das haben wir schön in der letzten Kurve versimmelt Das haben wir schön in der letzten Kurve versimmelt also teamkollegen aber auch noch nicht weiter oben und dabei renault ferrari haas erst drei die wechseln da jetzt ein bisschen durch es wird zeit noch einmal einen weg auf die drei bestplatzierten zu richter leclerc und land und das war's das ding ist offiziell beendet bis zum nächsten mal die politik auf 15 auf autofahrt ich bin hat sie mir klar wenn er setzt und jetzt geht es im reno mal ist ich hoffe ich ihm ist auch gar nicht so gleich geblieben weil ich habe mal sie will james hat sich jetzt hat sich nicht wirklich verändert dass alle drei top teams haben durchgezogen ne toros war auch nicht und auch racing point hat die zweite ja doch drei vier teams sind das gewesen die es nicht gemacht aber der rest ist hat quasi einmal komplett durchgewechselt persönlich war recht so ein bisschen abwechslung drin und immer nicht immer dasselbe na gut und 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 so so ich werde jetzt natürlich gleich so kein teamwechsel geben aber die wahlen so ich kann mich noch nicht ändern ich musste jetzt mal die ja konnte ich mitnehmen naja geh mal rein mit training 2 training 2 wieder auf medium klar ist der vorteil dass das qualif an verregeln ist also was zu tun ich könnte weil tatsächlich offen wenn man schnell starten wollen auf medium gehen das passt kann man sich auf gelb starten lang genug fahren und dann auf rot gehen und vielleicht sogar sonst kein vorteil das wäre natürlich eine idee das macht natürlich auch wieder einen kleinen vorteil war der regen morgen mal gucken wie es wird da sitzen wir noch das komplette qualif an dem trockenen ja dann lassen so mal gucken was unser teamkollegen heute fabriziert wir sind natürlich gleich mit dem fahrern vorne dabei das gefällt mir so kann man auf jeden fall eine neusung mal starten aber das tempo heißt auch das komplette wochenende durchzuziehen und nicht nur einzelne trainingssegmenten wobei ich immer gerne so so rein hätte wie jetzt die letzten zwei wochen mit brasilien und mit abu dhabi wo wir dann ein bisschen aus dem mittelfeld aufholen bis weil sie sogar fast vom ende aufholen mussten äh das hat mir spaß gemacht heute dass dann abu dhabi irgendwie bis zwei drei runden vor ende noch nicht zu wissen ob man erst oder zweiter wird und dann gott sei dank den dass er dann noch abgefangen hat brasilien war ja klar dass es da nichts wird aber diese saison soll es auf jeden fall passen wieso muss die konstrukte das wäre irgendwann mal ja das ist mein großes ziel renault wieder dahin zu führen wo es wo sie es verdient haben und das heißt ganz an die spitze aber so im quer stehen wir jetzt gerade wird das wenig und ich habe uns mit lenkrad ja deswegen im kontrol das ist schwierig solche autos hat so abzufangen so erstes hat die klär die wird definitiv schlicht also wahrscheinlich schlechter sein na minimal minimal aber jetzt müssen wir was deutlicher machen ja sieht auch schon wieder besser aus gute sekunde weiter jetzt mal diese ecke hier das meine ich das ist aber ich weiß wo der fehler liegt das ist es halt ne also nochmal das ist So, jetzt hoffe ich ein bisschen besser durchkommen. Ja, klappt. Diesmal deutlich besser. Die Sekunde, die habe ich eben verloren hier. Oh, 25, 1. So. 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 und da jetzt alle fahrzeuge die zielinie überquert haben schon noch einmal richter und valtteri botters wenn das heutige training auf etwas hindeutet dann auf ein außergewöhnliches wochenende der formel 1 naja vorne dabei auf jeden fall so gut gut Gehen wir mal rein, jetzt reden wir drei. Gehen wir mal rein, jetzt reden wir drei. Gehen wir noch nicht, wir haben noch einen Standard-Programm über den Kursen. Es wird ein Boost-A-Kar-Development sein, wenn wir diese Daten ausprobieren können. Wir sollten das so machen, bevor wir das Ende der Session machen. So. Genau, gehen wir mal raus, nie? Ja, auf geht's. So. Gucken wir mal, was die Zeiten jetzt sagen. Was hatte ich mal im 25.0 oder so? Da wollte ich jetzt runterkommen. Ah, wieder. Hier diese Ecke. Jedes Mal. So. 24,3, fast eine Sekunde, ne? Ich bin mal leichter quer stehen mit drin in dem Auto. So. Und deshalb wollte ich stark zur Mittelfahrer nur. Gucken. Jetzt sind wir hier ein bisschen sauberer durchgekommen. Gucken. So. So. Eine Runde fahren wir noch. Ich versuche mal die Zeit noch ein bisschen zu drücken. Vielleicht ne 23.0 da hinzustellen. Nein. Das ist gut. Ich versuche festzustellen. Wir wollen ein Bordern versuchen. Das ist gut. Das ist gut. Wir wollen das. Guck mal, was wir hinkriegen. Jo, 23,9. 23,9. 23,9. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Hamilton und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. Gut, jetzt geht es weiter ins Nasse. So, naja, schauen wir mal. Aber das kann ich auch so gut hinkriegen. Das ist ein Training.